Hallo, ich bin Lukas, ich bin Papa von zwei Kindern, die drei und fünf Jahre alt sind und ich bin seit diesem Jahr Hausmann, ein Vollzeitvater. Ich habe davor viel gearbeitet und war viel unterwegs im Außen und die größte Herausforderung für mich als Papa ist, immer wieder ganz präsent zu sein für die Kinder, ganz da zu sein und für mich das Gefühl zu haben, dass das okay ist, dass das ausreichend ist und gut genug ist und ich nicht das Gefühl habe, dass das nicht reicht oder so. Und ich lerne immer mehr oder möchte dahin kommen, die Kinder als Teil meiner Karriere zu sehen und eben nicht als Defizit. Vielen Dank.